hallo herzlich willkommen ich bin der semtex wuki und ich zeige euch heute noch mal paar erfolge aus battlefield hardline das ist die dritte mission das war der erste erfolg 25 punkte du wirst immer besser der kommt automatisch da muss man die drei drogenpakete finden so eins wie hier da liegt sonst geht es gar nicht weiter also der kommt automatisch das ist eine kleine video sequenz die wollte ich drin lassen habe ich ein klein bisschen zeit euch ein bisschen was zu erzählen ja nach dieser video sequenz kommt der nächste erfolg 25 punkte umhang separat erhältlich der kommt auch automatisch sonst geht die story gar nicht weiter jeder kriegt ihr den kletterhaken müsst ihr benutzen und dann kommt der erfolg mit diesen kletterhaken den erfolg kann man verpassen verpassen nicht aber das ist die dritte mission und da ist hier ist der volksumhang separat erhältlich in dieser mission ist es die beste stelle um diesen erfolg zu machen die heißt seil flitzer gibt noch mal 25 punkte und da muss man nur eine an dem wenn man hier den kletterhaken schießt nicht nach hochklettern sondern für die weite kann man nach auswählen muss man über 100 meter machen und dann stellt sich das tag oder 90 bitte machen da stellt sich das teil hier auf und dann kommt der erfolg seil flitzer mit ob 92 meter rutschen und dann kommt der erfolg das nächste geht auf dieser mission auch am besten das heißt jeder war der seil flitzer 25 punkte fehlfunktion vom feinsten kann man auch in jeder beliebigen mission machen wo es die alarm dinge gibt also die alarmanlagen wenn man hier den blick einsetzt von dem kollegen und dann sieht man ja wo die wachen sind wo die alarme sind und so weiter wenn man unbemerkt hier die alarmteile ausschaltet und alle drei stück ohne bemerkt zu werden das ist der erfolg am fehlfunktion vom feinsten was ja eigentlich schon lustig alleine ist hier und da ist er wir dürfen nicht bemerkt werden und die kollegin rennt durch wie blöd da kommt nachher nochmal ein erfolg der hat es richtig in sich jetzt der letzte erfolg ist kapitel ab kapitel abschluss das waren die erfolge für die dritte mission battlefield hardline wie gesagt die ersten zwei kann man ganz normal machen kommt automatisch der dritte der seil flitzer den könnte man verpassen aber das wäre hier die beste mission um den erfolg zu machen und fehlfunktion ist auch hier die beste mission weil es wirklich viele sachen sind wo man sich anschleichen kann und so weiter dass es doch recht gleich geht ich hoffe es hat euch gefallen beziehungsweise ein bisschen geholfen und ja das dazu ich wünsche euch weiterhin viel spaß battle 4 hardline mit den erfolgen ist schon etwas das spiel ist schon ein stückchen gelaufen wird jetzt nicht mehr so geschaut werden wahrscheinlich aber nicht desto trotz muss es hoch hier dass der letzte erfolg ja das war es von mir aus hier jetzt kommt dann nachher gleich die nächsten folge beziehungsweise die nächsten games der folge dead rising werde ich machen dann hier das auto dingens kommt und so weiter kommt das noch ein ganzer haufen ja ich wünsche euch viel spaß haut rein euer wuki